Yo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Martendo. Dritter Part, wo wir bei fucking Metatons X hängen. Und ich hab schon richtig Bock, das gleiche nun wieder zu tun. Kappa. Falls es manchmal kurze Lags geben sollte, dann liegt es daran, dass mein PC gerade irgendwie, keine Ahnung, so eine dumme Phase mit sich mitmacht. Also ganz komisch, wirklich. Also falls es mal kurz lägen sollte, dann wisst ihr warum. Falls nicht, dann ist es auch gut. Also falls es nicht lägen sollte. Also falls es nicht lägen sollte, dann ist es nicht lägen sollte. Ach nee, nicht das schon wieder. Nein, nein, ich hab All Peace geschrieben. Ach fuck it. Übrigens, Größe gehen raus an Alt hier. Also ein Ultimate, der mir den Tipp gegeben hat, dass ich immer auf das Herz von Metatons X drauf zielen soll. Da mir das mehr bringen würde. Deswegen mach ich das auch einfach. Sofern ich es natürlich kann. Übrigens auch danke für den Tipp, Lukas, dass man bei diesem Disco-Kugel-Dings, wenn weiße kommen, die Disco-Kugel-Ding, die Disco-Kugel-Ding, bekämpfen muss. Also gegen die Disco-Kugel schießen muss. So meine ich das. Okay. So. Oh. So Cu-Kugel-Ding, wo wir hier stehen? So. So. Doh. So. 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 Nein! Nein! Ach Gott, ich kann mir nicht mal sowas merken. Ich nehme die Erde und lebe. Ich nehme die Erde aus. 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 Ach, God damn Komm, du bist fast RIP So War grad ganz kurze Unterbrechung Aber Ist nicht schlimm Komm, ey Nein Ja Endlich 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 Da ist er weg Lecker Geh mir jetzt nicht wieder auf den Sack, bitte Geh mir jetzt bitte nicht wieder auf den Sack Dafür habe ich keine Zeit So, wie gesagt, ich muss den Part auch gleich beenden Da ich Jetzt nicht mehr allzu viel Zeit habe Ich habe den Part auch zwischendurch mal kurz unterbrochen Malz Kurz Dings Bums Gab, ja Halt doch die Fresse jetzt Hä? Okay, oder doch What? Nein Nein Ich wollte schon sagen Okay Ah, okay Und hier kann man speichern Okay, alles klar Dann würde ich sagen, ich speichere hier an der Stelle Der Part ging jetzt wirklich, wirklich kurz Aber ja Dann gibt es im nächsten Part eben Dann geht es im nächsten Part eben länger Gut, lasst ein Abo da Um nichts mehr zu verpassen Aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als erster seht Gebt einen Daumen nach oben Gebt einen Kommi ab Checkt die anderen Videos aus Und ja, ich würde sagen, dann bin ich auch raus Man sieht sich Und Ciao No